So Leute, jetzt muss der nächste Sprung weg und zwar das wäre Upstep Down und auch die Überfahrt so und ja, ich fahre jetzt noch einmal zum Abschluss Ah, ich will schon rum den, aber mei, ich muss jetzt leider weg Fangen wir mal an Also Leute, so schaut es bisher aus Ich glaube, mein GoPro hat sich ziemlich am Anfang schon aufgehängt Also keine Ahnung, ob ihr überhaupt irgendetwas gesehen habt Auf alle Fälle haben wir so weit Die Bredel hinkt zum Teil einfach nur lose oder halt nur so drauf, dass wir noch ein bisschen arbeiten können Da ist jetzt ein riesen Scheiterhaufen Und ja, jetzt tun wir noch schnell den Rest da weg, stützen raus Und dann kommt noch diese Überfahrt da, muss auch noch weg Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Also rein, soweit haben wir Jetzt haben wir da, den Skinny schon die erste Auflage weg Und jetzt müssen wir da nur noch, ja, die Beugen und so weg tun Bis zum nächsten Mal 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 So Leute, also die Beine Sprung haben weg Und stappeln wir es da alles auf Und dann haben wir so ein Brudel dazwischen, dass es nicht so aufreich klingt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, da ist das ganze Video. So schaut's da unten aus und wir fangen jetzt hier an den Dropback zu schauen, ihr seht's dann aber erst im nächsten Video und ja, das nächste Video, den ich verpasst, lasst den Like nach dem Auber doch. Bis zum nächsten Mal. Servus.